Hallo, wir sind die Moni-Mates aus Mannheim, zumindest ein Teil davon. Wir sind sehr froh, dass wir heute hier dabei sein dürfen, haben euch noch einen neuen Song mitgebracht und wünschen euch jetzt viel Spaß. Sag mal, hast du das alles geglaubt oder was? Ja, ich hab das alles geglaubt. Ich hab das alles geglaubt, ich hab geglaubt, alles wird leichter, schneller erreichbar, nie mehr allein. Ich hab das alles geglaubt, alles wird leichter, schneller erreichbar und nie mehr allein. Ich habe Tasten gedrückt, Screens gewischt, doch ihr habt mir nicht die ganze Wahrheit aufgetischt. Ich stehe morgens auf und Apple ist schon fit. Ich geh ans Telefon und Siri hört mit. Ich klapp den Rechner auf, das nen Rachricht von Grit. Und Alexa liest mit, Shit. Jetzt hab ich richtig Ärger. Stress im Paradies, ich leg mich wieder hin, jetzt ist ein Virus drin. Und ne Werbung für G5 im Briefkasten, Fuck. Scheißtag, ich fühl mich nicht besser. Ich fühl mich allein. Alles klingt wie schlecht. Bin nie richtig daheim. Hab Passwörter gewählt. Mich registrieren lassen. Um in der digitalen Welt nur ja nichts zu verpassen. Hab Bewertungen geschrieben. Geliked und gedrückt. Und völlig sinnlose Updates gedrückt. Hab meine Einstellung gespeichert. Häkchen gesetzt. AGBs nicht gelesen. Verstrickt. Vernetzt. Ich stehe übermüdet. Unter Überwachung hol mir übermorgen Linux und nen Tastentelefon. Nie mehr Insta, nie mehr meine Daten. Wer hat's euch gesagt, hat mich der Teufel verraten. Ich stehe morgens auf und Apple ist schon fit. Ich geh ans Telefon und Siri hört mit. Ich klapp den Rechner auf. Da ist ne Nachricht von Grit und Alexa liest mit, Shit. Will keine Punkte bei Payporn. Und keine Bonusmeilen. Ich geh lieber klauen. Statt Amazon zu trauen. Ja, ich rieche den Braten. Die Sache mit den Daten. Ich werd's euch nicht sagen, sollen die Bots ihr euch verraten. Ich stehe übermüdet. Unter Überwachung hol mir übermorgen Linux und nen Wählscheibentelefon. Nie mehr Insta, nie mehr meine Daten. Wer hat's euch gesagt, hat mich der Teufel verraten. Ja und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß was. Ich geh zum Nightshop, kauf Limo und Tequila. Wir chillen uns wohin. Und singen wieder Lieder. Ja, weiß nichts Besseres zu tun. Ja, das ist alles, was sie kann. Und wenn wir fertig sind, fangen wir von vorne an. Ich geh zum Nightshop, kauf Limo und Tequila. Wir chillen uns wohin. Und singen wieder Lieder. Ja, weiß nichts Besseres zu tun. Das ist alles, was sie kann. Und wenn wir fertig sind, fangen wir von vorne an. Vielen Dank.